hallo und herzlich willkommen zu aktienews ja heute ein update zur amc und zur gmi aktie hatte ich ja letzte woche auch schon über die gamestop aktie berichtet die hat der letzte woche über 50 prozent zugelegt heute ist die volatilität bei der gamestop extrem hochgegangen wir haben hier den tiefsten kurs irgendwo bei 13 dollar 50 oder so und den höchsten bei 17 dollar noch was gehabt das heißt wir haben hier eine spanne von ja zwischen 25 und 30 prozent zwischen dem niedrigsten und den höchsten kurs heute wir haben ein über zehnfaches handelsvolumen bei der gamestop und bei der amc ja da sieht es nicht ganz so ja so gut aus aber so wie jetzt bei der bei der gamestop die gamestop ist natürlich hier schon so ein bisschen ja angelaufen kann man sagen also um einiges mehr als die amc die amc ist so ein bisschen im schlaf modus immer noch nach wie vor ich hoffe dass die gamestop die amc da noch ein bisschen irgendwie mitzieht bei der amc aktie haben wir das doppelte handelsvolumen von durchschnittlich und ja volatilität ist da nicht groß dass es im endeffekt keine große handelsspanne momentan da gibt es so ein plus minus null spiel und aber wie gesagt die gamestop momentan in einem jahr aufwärts trend dadurch dass wir letzte woche wie gesagt da 50 prozent gesehen haben und das jetzt heute gehalten hat sogar noch also klar es gab gewinn mitnahmen aber es ging auch wieder nach oben und ja jetzt mal wieder bei dem niveau wo man letzte woche aufgehört haben so ungefähr ein prozent oder sowas im verlust was natürlich eine relative stärke ausmacht dass man sich quasi von den tiefständen 13 dollar noch was wieder auf die fast höchststände geschafft hat ist natürlich ein super mega gutes signal und wir schauen uns gerade mal an und zwar haben wir hier die gamestop wir haben ein handelsvolumen von 46 millionen normalerweise mal irgendwo bei 4 millionen und haben hier auch wieder 31.000 kreuz im geld wenn man sich die putz im geld anschauen sind das nur 690 das heißt hier kann man nichts gegenrechnen das heißt putz diese calls müssen quasi abgesichert werden mittels aktienkäufen als wenn es die die im geld schon sind das könnte natürlich dem kurs hier noch ein bisschen schub nach oben geben oder hat ihm schon schub nach oben gegeben und deshalb hat er sich hier wieder an der oberen schwelle hier stabilisiert wir haben nur minus von 1,58 prozent hatten hier minus von ob es waren 15 prozent oder 16 prozent insgesamt gesehen und hatten ja auch schon mal ein plus gehabt wie gesagt wir hatten hier irgendwo bei 17 dollar noch was lagen wir hier und dem tiefsten kurs bei 13 dollar noch was auch gleich noch bei yahoo noch mal an also erstmal jede chart von der gamestop sieht sehr sehr gut aus muss man sagen aber oberen bollinger band 50 tage linie und die 20 tage linie locker von unten nach oben durch stoßen und volatilität sehr sehr groß und sehr sehr hoch und wir schauen uns gerade mal den und den höchsten kurs an hieß der kurs bei 13 62 und der höchste heute bei 17 dollar 40 das heißt wir hatten hier eine handelsspanne von fast 30 prozent also irgendwo bei 27 prozent und dann haben wir hier noch das volumen von 47 millionen und normalerweise vier millionen das volumen ist auch mega groß hier bei der gamestop klar aber jetzt einem short squeeze wird viel viel höher also das ist jetzt hier natürlich jetzt kann man das natürlich gar nicht vergleichen mit einem short squeeze aber im gegensatz zum normalen handelsvolumen hat sich das handelsvolumen hier natürlich verzehnfacht was natürlich schon irgendein signal darstellt meiner meinung nach bei der amc ist es ja ihr seht es ja hier seitwärts gegangen träge gerade mal so über der 20 tage linie kann sich alles schnell ändern aber momentan ist die amc eigentlich die aktie die ja von den beiden hier natürlich die langweiligere ist die aktie die träge ist die aktie die sich nicht richtig bewegt und das schon seit langer zeit eigentlich und wenn sie sich bewegt dann hauptsächlich abwärts aber gut wir werden sehen vielleicht kann sich das auch noch verändern oder wird sich auch noch verändern sobald hier ja vielleicht die gamestop hier auch richtig mal abgeht da wird auch wieder auf mehr aufmerksamkeit auf die amc kommen und das wissen so die guten nun gut news kommen für die amc wir haben ja am achten also am mittwoch haben wir hier die quartalszahlen und ausblick irgendwas wird vielleicht der adam sagen was vielleicht interessant sein könnte und hier vielleicht auch mal formo reinbringen wir werden sehen auf jeden fall momentan wie gesagt sieht es hier mit der gamestop etwas interessanter aus als hier bei der amc amc handelsvolumen ja hat sich etwas verdoppelt wir sind bei 40 millionen normalerweise 15 millionen und taggespanne hammer bei 3 dollar 04 und 3 dollar 44 naja immerhin das sind auch zehn prozent das heißt volatilität ist hier auch recht hoch nicht so viel über geld bei die gamestop aber auch recht hoch markkapitalisierung wieder bei fast einer milliarde naja nicht ganz bei 909 millionen bei der amc gut auf jeden fall wie gesagt heute starke volatilität bei gamestop und ja starkes volumen bei gamestop bei der amc alles etwas geringer gesehen gut dann schauen wir uns mal hier noch mal news hier an morgen findet ein memorandum statt ja das geht darum ssd durchsetzung abschreckung und ordnungsgemäße verfahren in einklang bringen so nennt sich das hier irgendwo ein memorandum ja mit kapitalmärkten mit dem unterausschuss für kapitalmärkte und ja finanzdienstleistungen und da geht es wahrscheinlich um dieses cat system gehe ich mal von aus das kann sein dass es hier noch abgebogen wird oder so ja wir werden sehen also das cat system ist ja dieses system was implementiert werden sollte um quasi naked shorts ja zu entlarven und dann zu sehen okay dass man das quasi dann ja ja quasi nachvollziehen kann eine transparenz irgendwo in dem bereich da sein soll das ist das cat system ja also ich glaube daran sowieso nicht von daher ist mir das eigentlich ja egal weiß ich jetzt nicht aber es ist zumindest nicht kriegs entscheidend würde ich jetzt nicht so sehen weil ich denke die sind alle so ja hängen alle so zusammen diese ganze institution dass selbst ein cat system was hier implementiert wird umgehen werden kann von den hedgefonds von den short sellern und dass da vielleicht der ein oder andere bei der sec auch mal ein auge zudrückt ja so sehe ich dass das ist meine meinung muss nicht so sein quasi aber ich sehe es halt so wie gesagt meine persönliche private meinung ist das deshalb halte ich von diesem cat system sowieso eigentlich ist ich sehe es neutral ob es kommt oder nicht kommt neutral weil es wahrscheinlich sowieso nicht durchgesetzt wird aber das könnte sein dass das hier noch mal gekippt wird das auf jeden fall news auf jeden fall wert dann habe ich ja noch ein anderes bild gesehen hier bei x und zwar ken griffin mit elon musk zusammen wenn das bild hier nicht manipuliert ist dann ist das natürlich auch sehr aussagekräftig dass diese zwei sich irgendwie doch gut verstehen obwohl elon musk ja immer so getan hat als wenn ihnen das ja am herzen liegen würde das aktien nicht geshortet werden aber wahrscheinlich betrifft es nur tesla und bei anderen ist es ihm wahrscheinlich relativ egal auf jeden fall scheinen die zwei einen guten draht miteinander zu haben wenn das so stimmt und wenn dieses bild nicht manipuliert ist ja da legt natürlich auch nicht meine hand ins feuer dafür wir schauen noch mal die ortex zahlen hier bei der amc wir haben ein short interest von 19,3 9 prozent ja des ukara 3,29 und 53 millionen shares sind short und shares die geliehen werden können sind 95 millionen cost to borrow vernachlässigbar klein utilization 91,15 und der short score bei 75 da vorhin mal geschaut die gamestop hat ein short volumen bzw ein short interest von über 22 prozent also auf jeden fall eine sehr sehr interessante konstellation bei gamestop wie es da weitergeht dürfen wir gespannt sein morgen schauen wir mal was da morgen ist wie gesagt bei der amc wird auch interessant werden am mittwoch spätestens und das wird auf jeden fall eine interessante woche meiner meinung nach gut würde mich auch immer freuen wenn ihr auch leiten würdet hier das video kommentiert natürlich und natürlich auch abonniert falls es nicht gemacht habt und natürlich die glocke leute und nichts überpassen von der gamestop von der amc und von anderen aktien ansonsten lasst euch gut gehen und wir hören uns wieder tschüss